heyo zusammen und willkommen auf weekly otakus mit einem schnellen video und zwar zum thema cosplay mal wieder ein kleines update ich habe euch ja vor längerer zeit gesagt immer wenn was besonderes in diesem bereich passiert wenn ich irgendwas besonderes erlebt dann gibt es ein kleines video so eine art cosplay tagebuch und ich habe auf der shizuru jetzt endlich mal mein komplettes kaneki cosplay angehabt was ist dazu zu sagen ich zeige euch natürlich mal einen kleinen ausschnitt bitteschön die weg waren fehlproduktion und zwar fehlt da oben eine reihe deswegen wundert euch nicht weswegen ich immer die mütze auf hab das war jetzt so das erste mal direkt cosplayen für mich wo ich auch mal gefilmt wurde für eine kurze szene und ja das war nicht schlecht aber man merkt richtig dass ich ziemlich neu drin bin und da möchte ich gleich mal auf den punkt kommen und zwar so eine art deal aufstellen was mir wahrscheinlich niemand zutraut und ja das macht für mich nur umso weit umso weiter reizvoll und zwar will ich den neuen lol charakter kindred cosplayen auf der nächsten gamescom da sind schon erweiterte fähigkeiten und kenntnisse gefragt wo ich bisher überhaupt so gut wie überhaupt nichts gemacht habe ein moment das einzige was ich selbst gemacht habe ist in letzter zeit die maske von jen aus hotarubi numarie und die ist leider nicht so gut im zustand wenn ihr seht aber war ein anfang und ja das ist für mich so nächster step was ich unbedingt mal probieren will weil es wie gesagt ich schätze mir niemand so zutraut dass ich das irgendwie nur ansatzweise hinbekommen kann und deswegen will ich es euch einmal zeigen auf der nächsten gamescom gibt es kindred von mir da ist ein deal drauf handshake die nächsten tage und woche wird einige neue blogs geben und zwar zu der schizuru einem was wir in den anderen tagen auch so erlebt haben wir waren auch im moviepark und so weiter dann gibt es wahrscheinlich sehr viele blogs auch über die frankfurter buchmesse und dann ist ende oktober noch mal ein richtig fettes highlight ich möchte gar nicht so viel sagen das sind alles so themen die euch noch erwarten werden und wir sehen uns dann bald wieder ich muss mich ans schneiden setzen bis zum nächsten mal pose umdrehen umdrehen jackie laufen was soll man weiter rechts und jetzt einmal rum und dann war sie nach unten und dann war sie nach unten aber das ist nicht schlimm noch eine noch eine noch eine noch eine und dann auch noch eine wir müssen ganz viel dann können wir das sofort spulen warte scheiße oh mein god scheiße wo ist der hand friert dahin wir sind warm ich dachte mir ist so warm Alter jetzt auseinander gehen warte 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 jetzt jetzt einfach abhauen umdrehen hm hm Vielen Dank.